ARD Text im Auftrag des ZDF Okay, hör zu. Ich sag dem Kunster, dass ich ihm was zeigen will. Er kommt zu meinem Schreibtisch. Du gehst zu seinem Schreibtisch und holst die Wurstsemmel. Alles klar? Nein. Danke kurz. Wer so viel rennt, der muss auch was ordentliches essen. Was mit dir? Wenn alle, die nicht rennen, nichts essen würden, würde Österreich eine Entvölkerung drohen. Und das wäre doch schade. Na ja, Zeit haben wir ja. Schaut aus, ob alle Mörder Österreichs auf Urlaub werden. Ja. Bei der Niki geht's da schon anders zu. Die hat uns ein E-Mail geschickt mit einem Video von dem Kurs. Schau mal. Politiker! Hey, viele Grüße vom Kurs. Schaut, ich hab hier eins abbekommen, aber ihr solltet den anderen mal sehen. Der liegt da hinten in der Ecke und sucht sein Handy. Kann es aber nicht finden, weil ich das gerade verwende. Wir werden hier ziemlich hart herangenommen bei den Übungen für Terrorbekämpfung. Aber wir verstehen uns alle sehr gut. Tja, ich hoffe stark, dass ich euch abgehe. Viele Grüße an den Rex und bis bald. Also, wenn's das zu meiner Zeit schon gegeben hätte, hätte ich das sicherer gemacht. Ah ja? Das hätte ich wohl gern gesehen. Hoffentlich hat die Niki einen anderen ausbilden, als ich damals gehabt hab. Meiner war ein fieser Hund. Tschuli, Rex. Fieser Typ. Fieser Typ. Fieser Typ. Wieser Typ. Fieser Typ. Ne women an studieren. T41. Vielen Dank.